so sind wir auch schon hier ich habe mal ein spiel installiert ich habe ein spiel installiert das hat mich da angelegt weil ich zu viele spiele drauf war und das ist wahrscheinlich schon wieder eine Brücke ich weiß es nicht, ich kann vielleicht schon planen, wie das so viel Spiele drauf war so, so könnt ihr mal ein paar Schüssel in, keine Ahnung noch mein Fälle kappt und wir sind gleich schon wieder da oh, weißt du, ich hab diesempfehlung ich habe die Auge von Angst, das ist die Persemaus also colour kappt und ich habe die Abflügel aus dem 1, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 4, 3, 3, 4, 4, 5, das sind wir Ist eigentlich mit diesem Du-Du-Du manchmal.... Kein Punkt. Yeah, naja, naja. So, wir müssen mal das warten. So, okay. Oh, nuh, 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 nuh. Alter, das ist doch so wie ihn dann! So, wir haben noch mal seinen Cut zum 5. oder 6. Mann, bis dahin so da sind wir wieder ich hab auch gerade die klone erledigt ich muss mal wirklich gucken woran das liegt und das wird daraus verschiedenste 23 3-3 werden wird und und was jetzt müssen wir jetzt haben ja wir haben wieder so viel Zeit um alles das ist mehr wie 50 schluss unbedingt neuer zu kaufen weil ja den grund kennt so das das immer wieder ich hoffe es geht jetzt besser ich habe jetzt mal ein bisschen gelehrt wenn man zu sagen kann oder etwas ja wie schon gesagt ich habe den ordner jetzt etwas gelernt ich hoffe das bringt überhaupt mal etwas und dieses dumme klinger geht mir so auf den Sack tja muss doch mal machen ja hoffentlich funktioniert das jetzt eigentlich mal warte schon schon warte schon warte schon warte schon warte schon warte schon so ich werde mal jetzt hier das gerade mal überspringen das rein schieben und dann sehen wir uns gleich wieder so da sind wir wieder ich habe jetzt mal gerade alles zerschossen damit es nicht so hoffentlich nicht so lacken wird wie es jetzt gerade wieder ankommt ich hätte mich schon mal ich werde es anschauen ich würde den darten mal fragen wann es wir finden genau ja was hat das jetzt gekauft wahrscheinlich nicht ok ok achso das ist ein aufziehen ok ok hier geht es auch noch ok 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 Ich habe keine Ahnung, was das bringt, ganz ehrlich. Keine Ahnung, was das bringt. Ich habe keine Spannung, dass du da so das Lack frei fällst. Okay, was läuft? Was soll die jetzt machen? Das ist schon mal ein Schichtpunkt. Ah, du kannst das Kacken machen. Interessante. So, okay, davon nehme ich jetzt ein Kack. So, jetzt kann ich das Riesenviewe steuern, oder? Ah, nein. Meins? Ja, hier drehen wir uns erst mal die an. Aha. Jetzt kommen wir noch mal zwei. Jetzt kann ich es nicht mehr. Jetzt kann ich es nicht mehr. Dann machen wir noch drei. Jetzt haben wir noch einen Kulinion. Dann machen wir noch drei. So, wir probieren wir es nicht mehr. Kack. Im Schmerkentempo. Wähää, im Schmerkentempo. Boahaa! Guck, 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 guck! Boom, Schocker war ein Außenfachstück von Vision, zerstört. Cool, ne Filmsequenz, endlich. Ah. Ah, das funktioniert. Haha, die war bei der Hanka. Gewonnen. Pratsenlea, Endor, Luxray Walker, Endor. Vari, Vari. 3,5 Proten. Und wir haben viel Geld gesammelt. Naja. Wir haben 46.900 Kette. Oh, was das wohl hergibt? Ich hab' vorhin gesehen. 16 grüne Steine. So, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Ich entschuldige mich noch mal viermal, dass er es gelackt hat. Äh, ja, ich werd' nochmal dran gucken, ich werd' auch dran arbeiten. Ich hoffe, ihr zählt euch nicht davon ab, das Video zu liken und uns zu abonnieren. Wenn 50-Oponenten-Special werden, haben wir uns vorgenommen, was ganz geiles zu machen. Also verpasst es nicht. Nur durch euch können wir es schaffen, das Oponenten-Special zu machen. Ich werd' auch nochmal ein Community-Zocken machen. Black Ops 2. Aber dazu werd' ich ein weiteres Video machen. Also nicht vergessen, abonnieren, Video liken, in die Kommentare schreiben. Welche Spiele wir noch let's playen könnten. Und ich verabschiede mich. Bleibt gesund. Ich hoffe für euch das Wetter hält. Bis dahin, ciao. Haut rein und auf Wiedersehen. Tschüss.